Ladies and gentlemen, kommt jetzt nach vorne, nein, wir drehen keinen Paolo, wir drehen mit der Hall, durch wie Räder in der Formel 1, schüttelt eure Ärsche für Hip-Hops posch und schreibt, uh, One Step Ahead, Big Runners sind am Start. Hochzeit auf, Dosen raus, Popmann, den ist hoch, ausgeliefert der Frau, Pommen ein, fett ist Bild drauf, vorher war die Wand weiß, danach voller Wutfarben, Chrom, Schwarz, Ruh, Heute HDJ, E3, Stahlzob, Hip-Hop-Raum, bisschen Proben, Musik machen und so, äh, geht mal auf jeden Fall auf www.osa-projects.de, könnt ihr alles abchecken von uns, Biografie, alles dabei und so, haut rein, peiz. Was geht ab, Jungs, wir sind die Roadmanners, wir machen Mucke-Fest, Stahlzob und allgemein, ich bin K-Mucke, ich bin King Shox, der Killer aus den grauen Blocks, bin Ghetto-Mag-Mode, der Kerl mit dem Ghetto-Drecks-Flow, yeah, MRQ, alias, Mohamed Reza, Klanabi. Yo, ich bin das Abschlepp, Orhan aka Kock, ich bin Pain, auch bin der Mr. Pain, Ja, wie du kommst hier, okay, sag mal für den Mann. Ja, ich bin jetzt am Start-Up, meine Texte parat. Was los, ich bin YoungBanger. Yo, aufgepasst, Hamburg, denn jetzt kommen die Roadrunners. Ja, okay, okay, okay. Skatee, yeah, okay, yeah, 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 yeah. 100, 100, 100, 100, Batman, style, so, 100, 100, 100, mach dich jetzt kaputt, 100, 100, 100, Weg jetzt die Tribe-Type, 100, 100, 100, 100, schön jetzt in mein Ripe, 100, 100. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Und das ist ... Ja, 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 ja. Ja, was geht ab? WoHu, Waffe, woHu, Waffe, Waffe. Hey, mein Name ist AKM und wir sind ... WoHu, Waffe! Hey yo, ich bin Walaschenkoff und ich gehöre zu Wortwaffe, 223-0 am Stahlzuch. Ich bin Pam G, ich komm von Wortwaffe und bin der, der immer beim Rappen stylert. Ich bin Kalibra H, komm auch von Wortwaffe und bin der Jüngste in der Crew. Hey yo, mein Name ist AKM, ich komm aus Wortwaffe und ich bin der eine, der schnell mit dem Mic tricksen kann. Hey yo, mein Name ist MC Mo, ja, ich gehöre auch zu Wortwaffe. Checkt mal die Seite www.osa-projects.de Moin, ich bin Grooven Top, jetzt steh lieber hinter der Bühne, nicht vor der Kamera, also tschüss. Hey yo, was geht ab Jungs, ich bin Iman Acker, K.Muck. Ja, wir sitzen hier gerade im Turnstudio, paar Tracks aufgenommen. Ich zeig euch was Mucken ist, Mucken ist das was ich tue. Mucken ist mein Ein- und Alles, Mucken ist mein Hauptberuf. Mucken ist das was ich kann und was ich kann, das kann ich gut. Das ist Hamburg City, wir mucken sogar beim Interview. So geht das ab, jetzt wisst ihr wer wir sind und was wir wollen. Schalt zurück, Blas hoch, wir haben Haus hochgebrochen. Was geht, Schalt zurück, seid ihr bereit? Macht nochmal Lärm für die United Warriors, Roadrunners. Hamburg City 2007. Das sind meine Jungs hier, die werden noch groß rauskommen. Die werden es vielleicht nicht glauben, aber ganz schnell zurück. Roadrunners, macht mal Lärm. Das ist deine Stadt, seine Stadt, heiße Stadt. Das ist eine Stadt, die dich wie keine Park. Das ist meine Stadt, geilste Stadt, geile Stadt. Das ist neiße Stadt, weil die Stadt, dreiste Stadt. Teile hat, Kreise hat, so wie Stylo hat. Ihr seid neidisch, weil ihr nicht die Meile habt, jeder Teil der Stadt. Der Unterschied zwischen Straße und Palast. Machst du auf der Straße, Geld geht's eines Tages in den Knast. J to the Hala, www.jninoshala.de Wie mach ich, wenn alle Tage flach mit Jürgen und Minibar. Spätestens mit 30, seinen Porsche und kein Minibar. Ich bin da verloben, doch du bist weg. Ich hau mich um meine Wohnung, doch du bist weg. Ich fühl mich grad so verloren, denn du bist weg. Ich stelle da nicht immer in die Mauen, doch du bist weg. Ich spara mich weg mit Rap und ich weiß genau, Ich mach dich flausch, schlage dich kaputt und zwar mit deiner eigenen Faust. Kommst du hier nach Hause? Von einer Frau, die viel zu jung noch war und Hunger hat, da sie keinen kannte, der was unternahm. Ihn Unternahm zu greifen oder einfach nur die Hand zu reifen. Sie ist in mir und, denn sie sind von der Angst gezeichnet. Wie kannst du eigentlich seelenruhig zu Hause sitzen, während sich schon Kinder auf der Straße ihre Drogen spritzen? Das sind meine Straßen, auf denen unsere Liebe liegt. Das sind unsere Gassen, in denen man dumm wie Spiele spielt. Das sind meine Wege, auf denen uns das Geld anlacht. Das ist unser Leben in dieser schönen, heiße Stadt. Das sind meine Straßen, auf denen unsere Liebe liegt. Das sind unsere Gassen, in denen man dumm wie Spiele spielt. Das ist unsere Stadt, wir schießen jetzt mit Bomben-Tracks. Das ist unser Style, denn wir sind jetzt... Das ist unser Leben! Das ist unser Leben! Das ist unsere Leben! Bis zum nächsten Mal.